Hallo Leute, hier ist mal wieder eure Lisa. Ich liebe ja leckere Marmelade zum Frühstück. Aber ist euch eigentlich schon mal das kleine E neben der Gewichtsangabe auf der Rückseite von Marmeladengläsern oder anderen, fertig abgepackten Produkten aufgefallen? Das E bedeutet, dass der Hersteller die Ware nach der EU-Fertigpackungsverordnung abgepackt oder abgefüllt hat. Aber schauen wir uns doch mal den Produktionsprozess unserer Marmelade an. Produkte, die gemäß der Verordnung abgewogen werden, haben eine sogenannte Nennfüllmenge, die auf der Verpackung anzugeben ist und eingehalten werden muss. Wird ein Gewicht außerhalb der zulässigen Toleranzgrenzen festgestellt, darf es nicht in den Handel gelangen. Die Einhaltung der Verordnung liegt aber nicht nur in der Verantwortung des Herstellers. Als Schritt 1 innerhalb eines umfangreichen Rechtsrahmens, der ein Sicherheitsnetzwerk bildet, prüft und dokumentiert der Hersteller die Nennfüllmenge mit einer geeigneten und für den Zweck zugelassenen Waage. Schritt 2 ist eine regelmäßige Überprüfung und Durchsetzung der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen durch eine unabhängige, meist staatliche Behörde oder Institution des jeweiligen Mitgliedlandes. Schritt 3 ist eine regelmäßige Überprüfung der eingesetzten Wegetechnik. Die Wegetechnik muss entsprechend der gesetzlichen Anforderungen genau sein und hinsichtlich ihrer Verwendung für den Zweck zugelassen und qualifiziert sein. Auch diese Überprüfung erfolgt von unabhängiger Stelle. Und last but not least, muss der Hersteller der Wegetechnik bereits während der Produktentwicklung den Nachweis gegenüber den Behörden erbringen, dass die Waage im Sinne der Fertigpackungsverordnung geeignet und qualifiziert ist. Qualifizierte Wegetechnik ist ein integraler Bestandteil eines umfassenden Rechtsrahmens, bestehend aus europäischer und nationaler Gesetzgebung, internationalen Standards und Leitlinien, die eines sicherstellen, verlässlicher Verbraucherschutz und fairer Handel. Nur ein Beispiel, in der die gesetzliche Metrologie im Messwesen den Schutz unserer gemeinsamen Wirtschaft unterstützt. Wiegen ist mehr als nur ein Gewichtswert.